In den ersten Jahren finden sie so ein alter Reben. Bei dem alten Reben ist ein wenig größer Mensch, zwischen dem der alten Reben und dem der anderen Menschen. Die Menschen sind in einer Kunde. Die anderen Menschen haben nur ausgeteilt, zu den Tzaddikern. Und die alten Reben sind ausgeteilt, die Menschen sind ausgeteilt. Wenn sie so einen kleinen Reben sind, die Menschen sind ausgeteilt, Sie sagen ein Wort von drei bis vier bis vier. Die Menschen sind ausgeteilt, die Menschen sind ausgeteilt. Sie schauen, wenn sie in den ersten Jahren von drei bis vier bis fünf. Sie sagen ein Wort, mit dem Wort die Leuchten der Oren, auf sechs Chodeshe. Sie sagen ein kleines Wort auf sechs Chodeshe. Sie sagen also, sie ist reingelegt. Nur was, jede Chodeshe ist reingekommen zum alten Reben. Beim alten Reben sind eine Schüte. Die Schüte ist, jeder eine darf arbeiten wie viel er kann. Er darf ankommen zu wo er kann. Was ist der Hochpunkt von wo er kann kommen? Von jemand darf der Rebe aufkommen. Der Rebe Peul sein. Aber jetzt, ist jeder Chodeshe rein in ein Jechides und er vielleicht bekommt er der Reben und er hat den Reben mit vier Erkäu. So gab es mit der hundertich Sitzenden, mit zweihundertich Sitzenden, mit dreihundertich Sitzenden, mit der tueihundertich Sitzenden, mit der tueihundertich Sitzenden, mit der tueihundertich Sitzenden, mit der tueihundertich Sitzenden. Es hat gewachsen. Es gibt keine Zeit. Aber man hat viele, einfach begleitungen, reinnehmen. Jede eine. hat der Reben gebrochen. Ich gewöhne nach Seder, es heißt, im Chabad heisst es Takones Lyozene. Da hat er gemacht Takones. Jede kann kommen der Dugme, es gibt noch eine Schuss, kommen Lyozene einmal ein Jahr, der Dugme. Aber jetzt, als wir sie gekommen, da hat er gebrochen, der Reben gebrochen wird. Und jeder erinnert, der Reben gebrochen wird. Und jeder hat das Leben weitergewachsen. Und der Reben, der Reben, und das ist schon ein paar Jahre, und der Reben, 80,000 Sitzenden, ist, der Reben, der Reben schreibt, der Reben, der Reben, der Reben, in jeder Kossel von Nefert. Jetzt heißt es in Sifar at Anja. Das ist ein Kossel, der geschrieben ist in der Sitzenden. ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist ein Unterschied, dass wir hier nicht nutzen. Wenn die Robo macht die Artikel, wenn die Artikel schreibt, jemand sagt, erinnert sich, als Artikel, erinnert sich, erinnert sich, erinnert sich, erinnert sich, dass die Artikel gedreht wird, erinnert sich, ganz klein. Also, erinnert sich ganz klein, ist ein Problem. Was ist der Problem? Der Problem ist, dass mir, wenn die Artikel geschrieben, ich habe auch nicht vergessen. Die Prokungen, es tut, wie wir nicht geschrieben, aber ich kenne jetzt auch von Nathaniel und auch durchlernen, weil ich von den Allerf und Beis nicht nehme, ist das Beinunus von Gedeule Achsidem, was da drüber geschrieben, bei der Artikel, das ist schon gewohnt, nachlesen, klar. Die Rebbe hat mir, ich meine, ich habe mir eine Meile, und die Rebbe hat mir, ich habe mir eine Zeit, die alte Reben, vor 35 Tagen, und bescheuze, das war 53 Tage, und bescheuze, hat der Rebbe gewöhnt, in den Füßen, in den Bekrumm besucht, in den Baal Shemdor, mit den Baal Shemdor, und der Baal Shemdor, hat immer gesagt, der Rebbe, hat die Rebbe, hat die Rebbe nicht geteilt, zu schreiben. Die hat die Rebbe nicht geteilt, zu schreiben, in den Ganztanien, nicht geteilt, in den Ganztanien. Aber jetzt, das war schon auch gedruckt, was haben wir, ist schon gedruckt, wird er heißen, als Altsverbrenner, wird er noch bleiben, in den Ganztanien. Heute wird mir schon gedruckt, ist das, wenn du schon gedruckt, kommen wir einfach keine Chance, muss man bei uns nicht sein. Die Rebbe waren, und die sahen, wie ich es scripture. Die Rebbe, und ich habe mir eine Espagne, in den Ganztanien, zwei Jahre später, bin ich auf die ganze Zeit, und ich habe noch mal, dass er die Rebbe, die Rebbe, hat er sich, und ich habe mir das Gefühl, und ich werde mich, dass er die Pfannen, äh, in der Kallinn, bis er den Zappel, zu einem Superk. Und jemand war ein Kepad, auf der ganzen Zeit das Bechlau. Und der Reuskulose hat der Rebbe jemand von Tfissa bei Tnei, als er sich erinnert, es war ein Poeritz, das erledigt. Bei Tnei hat der Rebbe gekommen zu sein das ist nicht weit von Liozene. Aber der Rebbe hat sich erinnert, es war ein Poeritz. Es war unter dem im Schule von anderen Poeritz. Aber in Chabad ist ein Bekubel, als er da fahr Pederburg mit noch Pederburg. Noch Pederburg ist schön ungehebend, andere abeide den ganzen. Weil Jemot ist Chesidus, der tiefste Union von Chesidus, der Hasbore, der Hezbollah von Chesidus, schon gewonnen für alle. Aber der Rebbe hat sich erinnert, dass der Rebbe hat der Talmud, er gewinnt den Talmud von mit den Reben, und der Chosid, der Talmud, der Choisir, der Maschpia, der Maschpia von alle Chesidien. Der größte Talmud von den Reben geheißen, Rebbe Arne Srashele. Rebbe Arne Srashele ist nicht mitgefahren kein Liyadi, der Mama ist nur auf Chodoshim Zfurim, und er hat sich erinnert, kein Ursche. Der letzte zehn Jahre, was der Rebbe gewinn Rebbe, der Rebbe gewinn bei Chayim, bei Yusuf, bei Amodin, ist Rebbe Arne Srashele, ist er nicht gewinn bei dem Ursche. Er gewinn, aber er hat nicht gewohnt. Er gewohnt in Ursche. Es ist noch der Talmud, und er hat auch eine neue Rebbe. Die neue Rebbe ist so. In Chabad ist Jedua, also die Rebbe von der Neue, jeder Rebbe von der Neue Rebbe hat sich schon in der Rebbe früher. Es ist noch in Pettelburg und der Rebbe schon eine neue Rebbe. Die neue Rebbe ist, also ich kann schon lernen, es ist schon ganz eine neue Rebbe auf der Familie. Darf sich schon etwas täuschen. In der Seide gewinn er so. Noch der Stalkus von dem alten Rebbe gewinn er Scheile bei der Leibnach. Er gewinn andere seine Engänge zum Mitteln Rebbe, zum Sohn, zum Dauber, zum älter Sohn. Und andere sind er lieber gezeugt in der Rebbe von der Gräste Talmud. Aber ist er so. In der Chilik zwischen den Mitteln Rebbe mit der Rebbe ist gewinn der Chilik er gewinn er so. Rebbe 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 erhalten wie der Rebbe Pfarr Peterburg. Und das ist gewinn, als ich lehne in Exzidus, muss es er rupteizern bei mir in Harz. Ad kedei kach, also ich hoffe dem ein Slavus. Tomer es beleicht mir nicht, lehnt sich nicht die ganze Meisse. ist muss ich lernen Exzidus an Reifen als Ad Kedei Slavus. Das Problem ist, dass Slavus nicht scheich zu denen. Das ist das Problem. Und er ist noch Peterburg. Also heute Mitteln Rebbe geteignet. Er ist noch Peterburg. Es ist schon alle. Es muss sich jetzt eine neue Wöde. Und die Wöde ist, er kann lernen out. So da muss es ein Bittel von Seichel. Ein Bittel von Seichel bescheht. Ich bin so reingetan in die Sorge. Ich weiß noch nicht den Numen. Ich halte noch mitten der Sorge. Bei mir im Kopf ein Bittel ein Eintracht von der Sorge. Tom a jungen Mann hat einen Lernen wegen Eben Eben kochen und ein Lekos wird prüven der Hören bis ein Dahlge bis ein Euer kemrisch sind Dauwenzich bis andere Leben. Der Kopf ist 24 Stunden verbunden zu den Lekos was sich Lern. Sorge und Sorge und der Mitten er hat getein hat Sorge hat gesagt aber nicht Sorge aber was man sagt in Englisch Inspiration Inspiration ist gut für 5 Minuten und den Nekode der Jesuid in Lekos was ich habe gedarf 10 Lemen in Bainer ist gesorgt in Kut der Gephiel Derech Agav Yemot hat sich auf Kett Mechabad tenu es mit den Hent weil als man macht mit Hand geht der Röis der Gefühl geht schön Röis ist Röis gegangen vom Goof verkehrt man darf den Bittel vom Kopf darf man ganze Nacht aber das Gewinn der Yessod der Yessod Ikri der Chilik zwischen dem Mitten Rebbe mit Barrens Rachele also der Barrens Rachele gehalten es mit Es Lavas und der Rachele gehalten als Echzidus und machen den Kopf so in seiner ganzen Zeit ein Rögen Echzidus hat Barrens geführt seine Bistre in Ursche bei sich und mit Rebbe von Ljubavich wenn wir singen den Nigen von Barrens Rachele der Barrens Rachele hat alles Boves dann singen den Rachele noch wir singen ein Nigen von Pillow wenn Nacht ist zu kurz erzählen auf Pillow und man kann es machen es Amen. 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 Er hat vorgeleint das Schirr Tanja mit der Kfutze Bochrim und Kfutze Poelische Bochrim und die Jeshiva Bochrim und die Jeshiva ist gewohnt, sie sollen lernen Tanja hat er, ob man sie gebeten also sie sollen allein helfen in die Jeshiva also man ist groß, sie sollen allein helfen in die Jeshiva ob man sie jemanden treffen in die Jeshiva bei der Zeit die Jeshiva hat sich vermacht bei der Zeit die Jeshiva hat sich vermacht in Labavitz, schon gewöhnt in die Jeshiva als 60 Talmiden und die Jeshiva hat sich gedreft in Labavitz, sie gewöhnt in Rostov die Jeshiva hat sich gedacht, offiziell zu machen, ist gewöhnt noch dem was die Friede gekriegt, aber ich komme mit der Telegram als im Varche, in Labavitz die Jeshiva mit 60 Bochrim die Bescheidung die Bescheidung ist, sie haben gewöhnt in der Jeshiva 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 aber sie haben gewöhnt in der Jeshiva bei der Zeit die Friede gekriegt ist der Ruiz von Russland, in Peiches sie haben gewöhnt in der Jeshiva 400 Bochrim und am Anfang des Krieges sind sie entlaufen von der Tvot sind sie entlaufen kein 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 Willner interessant man sieht die Briefen, was der Friede Kreber schreibt man sieht die Briefen, was der Rebbe Reyes schreibt zu den Bochrim, was er in der Wiener mit dem Krieg er in dem Willner man weiß als ähnlich, wann die Deutschen ankommen aber der Friede Kreber schreibt dass er jetzt sind sie an der Menuche und an der Nachle für ein Stück Zeit ein bisschen können wir lernen sondern sie sehen Meshachne sein was mehr Bochrim ankommen in die Jeshiva weil wenn man nicht wollen die Bochrim zusammendrehen und drehen den ganzen Tag man soll sie sehen Meshachne sein kommen in die Jeshiva so sie sagen es ist eine Jeshiva wo sie so gut begeistert und so beruflich ist und der Oilum soll kommen in die Jeshiva aber in Jammel der Pashjepinches Jammel der Gewände meiste mit der Wieses ich hoffe ich hoffe ich hoffe mir persönlich ist es mein mein Schwieges Tate ist er gewinn der was er geessen ob noch im Zwiegut wird er gewinn der was hat er der was hat er gewinn der er gewinn der was hat so gen heißt meiste mit der Wieses und der Friede kerebe geessen als wir sind auch wenn wir sind antlaufen und der Friede geessen fragen bei der Rebe sind die geessen zum Am Schnau ist es gewinn an et te mu let zwischen de boch mit den reben gewinn et te mu let pan sch pin ch hat der rebe inmitten verbringen oder rebe reiats gesagt das so er hat gesagt als der jeshe ist da ein nigen was ist chuviv auf der boch riem auf die tmime von warsche in warsche vielleicht man singe es gewinn an nigen was gewinn chuviv auf sie heint heint ist der pastich aber es nigen was jede jeshe hat sein schnitt das gewinn an nigen was ich sehe chuviv in bar in warsche aber der was der warsche wennigen und mamschig sein der boch riem hat her es werden nicht gemuchlet sind ich gewinn die meisten mit den wises jene paar wochen die gewinn die wises und entlaufen kein shanghai ist entlaufen kein japan und kein shanghai aber jem hat gewinn der meis also wird singen an nigen nicht was 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 mit hab gewinn die jeshe in wersche wenn man singen der nigen so die wersche wersche singen den nigen von der boch wersche und mit der nigen wird sie bringen nachher keller aro is la pein de kaboche Amen. 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 Aber sie gefällt der Awoide. So, bei sie gefällt Awoide ist Atfile. Es ist noch jüngste, wo der Rebbe dortin geschickt, der Rebbe hat sich geschickt in Schemwien und der Rebbe sei geschickt, aber der Spieger hat ein neues Händel Kugel. Er hat eine größere Oivit. So, da hat er nicht auf drei Khodoshim. Und er hat mir sie verbracht, er hat sich die Mechanik gewonnen auf Atfile. Also, sie nehmen sie eine ganze Askole. Die ganze Askole ist auf dem Glatt bei dem Schmuck-Grün. Und es kann ein neues Händel in Davon nicht, nicht noch einander als sie verbracht. Und es ist ein Mechernig gewonnen. Ein guter Mechanik gewonnen. Von diesen Verbringens, von diesen tiefen Nech verbringens. In der Tat, ein Mechanik gewonnen auf die Kfuze Bochum, sondern gewonnen, was gibt, gute Verschläge, dass sie das. Und es stand gut, gut, guter Indien in der Kuss. Und es ist der Rebbe nicht in der Jabb in der Herz. Auf der Rebbe in der Schule in Schmuck-Grün. Es ist der Rebbe nicht von diesen Verbringens. Musik Amen. 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 Amen.